Ich weiß nicht, wie es böse ist, aber in der Schweiz habe ich schon öfters auf den Autos gesehen Cabrio, Cabrio und ich habe nie verstanden, was damit gemeint ist und dann habe ich das mal gegoogelt, wieso haben so viele Nidwaldner, mit Nidwaldner Kennzeichen das Cabrio auf dem Auto und dann ist mir das aufgefangen dass es eine Bahn ist, ich stehe jetzt gerade hier an der Talstation von der Stanzerhornbahn aus 1800 irgendwas, ich schaue nachher noch einmal genau, mit wirklich der originalen alten Technik die geht also auf der Stanzerhorn, und warum Cabrio, naja, ihr seht es ja schon fast, die Bahn ist offen mit Vorhängen etwas geschützt, richtig cool, richtig, es ist leider schon ziemlich dunkel Ich probiere das mal mit dem Blitz noch etwas, sie heisst, Weitwinkelmodus So, jetzt probieren wir das noch einmal im kurzen Modus Hier seht ihr die Bremse, die alte Technologie, die Holzbänke, es ist absolut herzig gemacht auch die Verarbeitungsholz sehr edel, sehr gepflegt, alles passt auch ein bisschen in unser Land Und das geht richtig steil hoch, das ist so eine alte Zahnradbahn mit dem alten Signalposten noch 1893, 1893, was für ein Klassiker, Ausgang, Cabrio Drahtseilbahn, Funicular, Funicular, 1893 Die nächste Abfahrt ist um Viertel um 9 Auch die Uhr, so richtig süß zum Drehen Also das ist schon ein ganz tolles Erlebnis, auch mit dem alten Holzsitz hier Jetzt gehe ich wieder ins Weitwinkel, damit ihr die Bahn mal komplett seht Sogar angeschrieben, dass da 8 Plätze sind 4 und 4, kann man sich gegenüber anschauen Und ich brauche den Blitz wieder Es wird sonst einfach zu dunkel Hier ist die Notbremse Und da unten seht ihr das Seil Das kleine Seil zieht also die Bahn hoch Das ist noch Fallnetze Und ihr merkt es, der Blitz ist weg Das ist, wenn der Akku langsam zusammenfällt Vom Handy und den ganzen Tag Zeit gehabt hätte, es zu laden Ah, das geht schon noch Das ist ein Ausflugsziel, was ihr unbedingt machen wollt Und hier in Stanz, auch das Dörfchen in Stanz der Schweiz Das ist wunderschön Es hat ganz viele alte Häuser Es hat eine ganz, ganz niedliche Kirche Und eine schöne Einkaufstrasse Und sehr, sehr gute Restaurants Ich war da in einem Restaurant Die haben da frische Sandwiches gemacht mit einem Brot Das ist die auf der Zunge vergüren Also Stanz Ein neuer Geheimtipp Im Hintergrund seht ihr die Kirche noch ein bisschen Stanzhornbahn Auch das Personal, das hier arbeitet Das ist also wirklich originell angezogen Wie auch noch dazumals 1893, wo die Bahn ihre Jungfernfahrt hatte This is Switzerland Das ist die Stanzhornbahn Mit dem Wartsaal Der Kasse In Stanz Auf der Stanzhorn Gabriel Man sieht das immer wieder auf den alten Fensterscheiben Schönen guten Abend Der Wart ist alles so richtig gemütlich gemacht Mit einem alten Ofen drin Zum Holzfeuern Mit den unbequemen Wänken Und eine gute Alternative Anstatt auf den Titels Mal auf Stanzhorn Was auch hier ganz in der Nähe ist Mit Merchandise Was man hier kaufen kann Ab gut um Schönen In der Nähe ist es Ei, da geht's Schönen Die Warte In der Nähe ist, In der Nähe ist es Lärmuster Heute Abend. So, jetzt wird es spannend. Jetzt fahrt ihr dann ab, glaube ich. Ja, das ist meine Gruppe, die mitkommt. Ja, ich finde das absolut toll. Ich habe das immer auf den Autos gesehen. Gabriel auch. Ich habe nie verstanden, was damit gemeint ist. Dann bin ich das mal anschauen im Internet und da habe ich das herausgefunden. Jetzt bin ich das erste Mal da. Wahnsinnig, unglaublich schön. Ja, genau. Das ist ein Hiesinger, oder? Das ist von hier. Ja. Das müsst ihr da alles machen. Wenn ihr da selber Gas geben oder das mit dem Computer... Ja. 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 Wie viele Chauffeure sind ihr da im Ganzen? Ja. 30. 30, die das noch haben, ja. 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 Ja, das ist gut. Ja. 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 Ja, liebe Freunde, das war Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, was ihr alles mitverstanden habt. Aber das ist halt ein Stück Geschichte, Schweizer Geschichte. Und weg ist sie. Und von oben kommt jetzt eine Gruppe runter. Das ist jetzt ein Schienennetz. Und ein Schienennetz. Kreuzen die sich dort oben? Oder ist das nur eine Bahn? Ja, ich halte jetzt mal die Kamera drauf. Mal schauen, was passiert. So wie ich es verstanden habe. Kreuzen die sich? Fährt da oben einer ab und er gibt von unten das Signal. Mal schauen, was ich pom? Ja. Oh, hallo? Ich habe das auch. Meine Damen, ich habe das auch.